Das erste Flugzeug, das drei Rekorde hält. Der Lockheed F-104 Starfighter, ein ikonischer Überschalljäger, wurde in den 1950er Jahren für die Abfangjagd konzipiert. Bekannt für sein unverwechselbares Aussehen und hohe Geschwindigkeit, wurde der Jäger von einem Turbojet-Triebwerk angetrieben und war in der Lage, mit Geschwindigkeiten von mehr als Mach 2.2 zu fliegen, das heißt 2200 Kilometer pro Stunde. Es war das erste Flugzeug, das die Rekorde für maximale Geschwindigkeit Mach 2.2 mit einem maximalen Höhe von 31 Staus in 513 Metern und maximale Steigrate 244 Meter pro Sekunde hielt. Darüber hinaus spielte der F-104 eine bedeutende Rolle im Raumfahrtprogramm der NASA und demonstrierte damit seine Vielseitigkeit. Sein Erbe dauert als Symbol für Luftfahrttechnik und Pilotenmut fort.